Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Heute möchte ich euch in diesem Video einmal eine kleine Einleitung in Warframe zeigen. Was ihr am besten macht, wie ihr am besten startet und was man beachten sollte. Zuallererst, das Spiel ist komplett kostenlos. Ich weiß nicht, wie es auf Konsolen ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es wurde mal gesagt, dass man bei Konsolen irgendwie 50 Cent zahlen muss, aber da bin ich mir nicht sicher, da ich selber nur auf PC spiele. Und auf PC kann ich sagen, es ist komplett kostenlos. Wenn ihr ins Spiel reinkommt, startet ihr mit zwei Währungen. Einmal seht ihr oben rechts das Platin, das ist sozusagen die Währung, die ihr kaufen könnt. Und dann die Credits, das ist die Währung, die ihr ingame durchs Spielen bekommt und die ihr fürs Herstellen braucht oder um auch Sachen im Market noch teilweise zu kaufen. Ich habe jetzt gesagt, das Spiel ist komplett kostenlos und erzähle dann gerade was von Währungen, die ihr kaufen könnt. Es sei aber gesagt, ihr könnt diese Währung einfach durchs Handeln bekommen. Ihr handelt mit anderen Spielern später und könnt dann dementsprechend diese Währung bekommen. Also ihr könnt das Spiel von Anfang bis Ende wirklich kostenlos spielen. Wenn ihr natürlich schneller vorankommen wollt, könntet ihr natürlich euch diese Bezahlwährung kaufen oder ihr spezielle Sachen haben wollt, wie irgendwelche Skins oder so. Dann bräuchtet ihr auch Währung, aber wie gesagt, übers Handeln wäre es möglich, auch an diese Währung ranzukommen. So, wenn ihr anfangt, startet ihr hier oder seht ihr dann nachher dieses schöne Schiff und werdet euch fragen, wofür ist das alles. Deswegen fangen wir einmal kurz an. Wir fangen mal hier in der Mitte am besten an, dort, wo wir unsere Frames, Waffen und Begleiter ausrüsten. Ich würde sagen, wir fangen von oben an. Da haben wir die Auswahl unserer Frames. Da können wir jetzt auf Ausrüsten klicken und sehen die komplette Auswahl der Frames, die wir besitzen. Es gibt einmal die Möglichkeit, oder besser gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Frames. Es gibt einmal die normalen Frames und es gibt einmal die Prime Frames. Die Prime Frames sind sozusagen die Upgrade-Version von dem normalen Frame. Beziehungsweise, jetzt werdet ihr euch fragen, was ist ein Frame? Ein Frame ist sozusagen einfach nur die Hülle, die ihr hier seht. Nicht jeder normale Frame hat auch eine Prime-Version. Die kommen immer nach und nach ins Spiel rein, werden neu dazugebracht. Also das Spiel ist immer weiter und weiter in der Entwicklung, kann man so sagen. Wenn ihr euch ein Frame ausgewählt habt, habt ihr die Möglichkeit, ihn zu verbessern. Ihr könnt das Aussehen anpassen oder ihr könnt euch auch die Fähigkeiten angucken. Wir können uns einmal angucken, wenn wir auf Verbesserung klicken, da hättet ihr dann die Übersicht, was für Mods ihr in den Frame reinpacken könnt, womit ihr die Werte des Frames noch einmal wieder verbessert. Hier unten seht ihr eine Auflistung aller Frames, die ihr bis zu diesem Zeitpunkt gesammelt habt und die ihr dann dementsprechend verwenden könntet. Hier oben seht ihr die Kapazität, die ihr verfügbar habt. Die könnt ihr einmal upgraden, indem ihr auf Aktion geht und dann ein Orican Reactor reinpackt. Damit wird es einmal verdoppelt. Dann habt ihr die Möglichkeit, wo ihr hier diese schönen grünen Symbole seht. Da könnt ihr sogenannte Forma reinpacken, also in jeden Slot könnt ihr sie reinpacken und nachdem der Forma drin ist, ist es dann grün angezeigt und die Kosten des Mods werden halbiert. Man muss dazu sagen, dass man den Frame auf Level 30 leveln kann. Wenn man ein Forma reinpackt, wird der Frame auf Level 0 zurückgesetzt. Ihr bekommt aber keine XP doppelt. Also ihr bekommt nur das erste Mal XP dafür, wenn ihr eine Waffe oder ein Frame von 0 auf 30 levelt. Wenn ihr ein Forma reinmacht, würdet ihr dafür keine XP mehr kriegen. Ihr packt den Forma rein, könnt dann den Frame wieder dementsprechend hochleveln und wenn ihr dann ein Mod reinpackt, seht ihr, wird so grün angezeigt, oben rechts in der Ecke dann immer und der Mod kostet dementsprechend nur noch die Hälfte. So, wir gehen einmal zurück. Dann können wir das Aussehen natürlich verändern. Da könnt ihr allen möglichen Skins noch, die ihr habt, ändern. Ihr könnt die Farben eures Frames ändern. Und ja, das ist so das, was ihr hier machen könnt. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die Auswahl der Fähigkeiten, beziehungsweise nicht die Auswahl der Fähigkeiten, sondern ihr könnt euch hier die Fähigkeiten, die der Frame hat, einmal im Einzelnen angucken. Da gibt es dann noch zusätzliche Tipps, die auch passend für den Frame ist, den ihr hier gerade seht. Ihr seht die Passivfähigkeit, die dieser Frame hat. Und ja, das ist hier die Möglichkeit, die ihr hier habt. Was ich eben schon gesagt hatte, ihr levelt alle Waffen von Level, beziehungsweise Waffen, Frames und Begleiter von Level 0 bis 30. Es gibt eine Ausnahme von Waffe, aber da komme ich vielleicht später noch zu. Aber im Normalfall levelt ihr von Level 0 bis 30. Wie gesagt, wenn ihr ein Forma reinpackt, würde die Waffe wieder auf 0 gesetzt werden oder der Frame oder der Begleiter, da müsst ihr wieder hoch leveln. Ihr bekommt aber keine weiteren XP dafür. Das gibt es nur einmalig. Jetzt werdet ihr euch fragen, wovon redet der? XP, was ist das überhaupt? Wofür brauche ich XP? Ihr habt sogenannte Meisterschaftsränge. Das seht ihr hier oben links in der Ecke. Für den Meisterschaftsrang braucht ihr XP. XP bekommt ihr, indem ihr Waffen levelt und dadurch kriegt ihr mehr XP dazu und euer Meisterschaftsrang wird dann erhöht, beziehungsweise ihr habt ihn dann voll und dann müsst ihr an einer Prüfung teilnehmen, wenn ihr euch später wissen wollt, wie die Prüfungen funktionieren. Dazu habe ich auch noch mal extra Videos. Die werde ich euch dann auch noch mal verlinken. So, das aber nur am Rande einmal. Dann gehen wir einmal wieder zurück. Hier habt ihr dann das Gleiche noch einmal für eure Primärwaffe. Genauso Ausrüsten, Verbesserungen, das Aussehen könnt ihr ändern. Für eure Sekundärwaffe, in dem Fall dann die Pistolen. Wieder die gleichen Optionen für eure Nahkampfwaffe. Wieder die gleichen Optionen. Dann kommt hier eine Sache, die werdet ihr im späteren Verlauf erst kennenlernen. Das sind die sogenannten Fokusschulen, wo ihr eine Auswahl habt von fünf verschiedenen Schulen. Aber da erzähle ich euch mehr im Einzelnen in einem Extra-Video. Das werde ich euch auch wieder verlinken, weil das ein Thema für sich noch wieder ist, wie das Ganze funktioniert und womit man am besten anfängt. Und das wäre für den Anfang auch ein bisschen zu viel. Dann habt ihr hier unten die Möglichkeit, einen Begleiter auszuwählen. Wie ihr schon seht, hier habe ich jetzt eine Art Katze ausgewählt. Ihr habt aber genauso hier auch andere Begleiter noch, die zur Auswahl stehen, wenn ihr sie denn schon alle habt. Das muss man natürlich auch haben. Dann habt ihr hier den Slot Ausrüstung. Über Ausrüstung könnt ihr so eine Sachen wie Scanner oder ihr könnt später Fische jagen. So was wird hier drüber ausgerüstet. Dann gibt es noch genau das gleiche einmal für Emotes. Die werden dann dementsprechend hier ausgerüstet und die könnt ihr anpassen, wie ihr wollt. Beziehungsweise ihr könnt auch hier über diesen Tab die Emotes extra anpassen. Das war es erstmal so zu dem Terminal, was wir hier haben. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach, ja am besten fangen wir hier an und arbeiten uns dann einmal rundherum. Das sind alles Dinge, das muss ich vorweg sagen, die ihr im späteren Verlauf erst nach und nach dazubekommen werdet. Also wundert euch nicht, wenn ihr auf eurem Schiff seid und euch dann erstmal umguckt und denkt so, hm, das habe ich ja alles gar nicht. Das sind alles Dinge, die ihr nach und nach dazubekommt und freigeschalten werden. Aber ich zeige sie euch hier trotzdem schon mal, damit ihr wisst, wovon geredet wird, beziehungsweise was es ist. An dieser Station habt ihr eure ganzen Relikte. Ihr seht, was für Relikte ihr habt. Ihr seht, wie sie aufgewertet sind, denn man kann Relikte auf, ähm, beziehungsweise in vier Stufen haben. Einmal intakt, das sind die Relikte, so wie ihr sie bekommt. Dann könnt ihr sie, äh, dementsprechend erhöhen. Da wird, nein, ich möchte es nicht, ich wollte es eigentlich nur einmal zeigen, mit, äh, rüber gehen. Wenn ihr jetzt rechts einmal auf die blauen Leisten seht, hier seht ihr einmal, was für Sachen überhaupt aus den Relikten kommen. Und wenn ihr jetzt einmal hier auf diese Leiste achtet und ich hier unten drüber gehe, auf überragend, dann seht ihr, die Bronze-Sachen werden weniger und, äh, Silber und Gold erhöht sich die Chance. Und dementsprechend, wie hoch ich den aufwerte, umso besser oder umso höher wäre dann die Chance auf den, äh, Silber- beziehungsweise Gold-Drop. Da gibt es vier verschiedene Sorten von Relikten. Liss, Meso, Neo und Axi-Relikte. Und ihr seht halt dementsprechend immer, was dort drin ist. Verhaltet das mal im Hinterkopf, was da noch weiter zukommt. Das werde ich euch dann an der Stelle sagen, äh, wenn es kommt. Wie man sie am besten farmt, werde ich euch auch nochmal im Extra-Video verlinken. So, das erstmal dazu. Hier haben wir eine kleine Station. Nicht wundern, das ist einfach nur, was da gerade zu sehen ist, ähm, habe ich dorthin gemacht. Denn ihr könnt euer Schiff anpassen, wie ihr wollt. Normalerweise, wenn ihr einen anderen Begleiter oder ich rüste mal eben einen anderen Begleiter aus, dann wird es nämlich vielleicht ein bisschen, ähm, erklärt sich das Ganze. Denn normalerweise, jetzt habe ich einen Begleiter ausgerüstet, der hier angezeigt wird, ist diese Station nämlich einfach nur da, damit euer Begleiter, Roboter, was auch immer ihr habt, hier angezeigt wird. Habt ihr eine Katze oder einen Hund, dann ist der dementsprechend hier drüben zu sehen, aber die anderen Begleiter sind dementsprechend hier zu sehen. Wie ihr jetzt sehen werdet, ich rüste wieder mein, äh, Katze aus, dann ist dementsprechend, oh, doch, doch noch hier drüben zu sehen, okay, weil ich ihn zuletzt ausgewählt hatte. Alles klar, hatte ich auch noch nicht gesehen, aber gut zu wissen. Naja gut, aber wie gesagt, das ist eigentlich nur, ist eigentlich nur Deko, kann man sagen. Hier an der Schmiede, hier stellt ihr all eure Sachen her. Alles, was ihr an Blaupausen findet, wird hier hergestellt. Ihr seht schon, es gibt jede Menge verschiedene Materialien, die ihr benötigt. Und wenn ihr alle zusammen habt, könnt ihr es dann dementsprechend herstellen. Hier oben habt ihr die verschiedenen Kategorien, wo ihr alle Sachen im Einzelnen nochmal findet. Wenn ihr zum Beispiel irgendeine spezielle Waffe jetzt findet und nicht den Namen gerade wisst, geht ihr zum Beispiel auf die Primärwaffen und guckt da einmal kurz durch und dann solltet ihr es auch finden. Wie gesagt, hier ist alles zur Herstellung. Ihr habt die Möglichkeit, ähm, die Sachen, ich zeige das am besten mal hier einmal, ihr könnt sie einmal herstellen und wenn ihr sie angestellt habt, das seht ihr hier, gibt es die Möglichkeit, es zu beschleunigen. Beschleunigen heißt, es wäre sofort fertig, kostet aber auch die Währung, die ihr nur durch Handeln oder durch Kaufen bekommt. Ansonsten steht da immer bei, wie lange es normal dauert, bis es hergestellt wird. Ich würde euch raten, wartet ab und lasst die Zeit einfach laufen, denn ihr habt so viele Sachen, die, ähm, ihr bekommt, da ist es egal, ob immer was etwa 12 Stunden oder 24 Stunden dauert oder auch 3 Tage. Ihr habt genug in der Zeit zu tun. Spart euch lieber das kostbare, äh, Platinum und nutzt es für Waffen und Frameslots, solange ihr noch nicht so viel habt. Das zu der Schmiede. Dann kommen wir einmal hier drüben an die Station, wo die ganzen Mods sind. In dieser Station seht ihr die ganzen Mods, die ihr habt, die ihr bis zu diesem Zeitpunkt gefunden habt und könnt hier durchgehen und jetzt zum Beispiel, ich wähle mal diesen Mod hier aus. Ja, ich habe ihn 25 Mal, deswegen wurde ich eben gefragt, wie viel ich auswählen will. An dieser Station könnt ihr ihn zum Beispiel verkaufen oder auch in Endo umtauschen. Endo ist eine Währung, die seht ihr hier oben. Die wird benötigt, um, äh, Mods aufwerten zu können. Ihr seht schon diese weißen Punkte unten unter dem Mod. Da wählen wir einmal diesen Mod aus und dann seht ihr diese Punkte. Ich könnte jetzt aufs Plus gehen. Da seht ihr, es wird verbessert. Zeigt aber auch gleichzeitig an, der Mod wird, wenn ich ihn verbessert, mehr kosten. Also mehr von diesen Slotplätzen, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Hier seht ihr jetzt einmal dieses Material, Endo, was ihr halt, äh, so durchs Spielen auch bekommt. Und Credits und wenn ich jetzt auf Fusionieren klicken würde, würde der Mod halt dann dementsprechend auf die Stufe geupgradet werden. Und ich hätte ihn dann in der Stufe in Endo. Äh, es gibt verschiedene Mods, wie ihr hier schon sehen könnt. Vom, äh, Bronze Mod über den Silber Mod, über den Gold Mod. Über Spitz Jelle Mods, die ihr im späteren Verlauf auch noch bekommen werdet. Über Primed Mods, die ihr beim Händler zu kaufen bekommt. Über, äh, Riven Mods, die sind nochmal wieder ein bisschen spezieller, denn die könnt ihr auch aufwerten. Aber um diese aufzuwerten, benötigt ihr dann dementsprechend nochmal Kuva, was ihr im späteren Verlauf auch noch erfahren müsst. Das einmal zu den Mods. Dann seht ihr hier ganz oben die Möglichkeit, die Ayatan Schätze. Die werdet ihr auch nach und nach immer mal welche finden. Die Ayatan Schätze könnt ihr entweder als Deko benutzen, so wie ich es zum Beispiel hier gemacht habe. Das ist nämlich so ein Ayatan Schatz, der da zu sehen ist. Oder ihr wählt ihn aus. Ähm, ihr seht schon, hier sind so kleine Slots. Die könnt ihr nämlich ausfüllen. Denn ihr könnt den Ayatan Schatz eintauschen gegen Endo. Im Moment wäre der Ayatan Schatz 2000 wert. Wenn ich den jetzt komplett ausrüste mit diesen Sternen, die ich gesammelt habe, ich mache das mal, dann seht ihr mal, dann ist der Preis von 3000, äh, von 2000 auf 3450 hochgegangen. Also würdet ihr mehr Endo jetzt dafür bekommen, wenn ihr den verkaufen würdet. So, die Station haben wir auch fertig. Dann gehen wir mal zur nächsten. An dieser Station können wir unsere Begleiter sehen. Entweder unsere Katze oder unseren Hund. Ich nenne sie jetzt mal Katze und Hund, denn sie sehen so aus. Es ist entweder ein Cupro oder ein Covert. Hier könnt ihr die züchten. Ihr geht da drauf, seht, was dafür benötigt wird. Und könnt dann dementsprechend ein Haustier euch züchten, was an eurer Seite mitkämpft. Wenn ihr euch jetzt wundert, was hat die Katze denn da komisches an, das ist einfach nur ein Skin, den könnte ich dementsprechend auch runternehmen. Was bleibt hier noch zu sagen? Ihr seht ganz vorne einmal die Katze, die Stats an sich, beziehungsweise von dem Tier, was ihr gerade ausgewählt habt. Dann seht ihr hier einmal, man kann Abdrücke von euren Begleitern machen. Denn wenn ihr zwei Abdrücke benutzt oder wenn ihr zum Beispiel ein Freund ein Tier hat, was ihr unbedingt haben wollt, weil das so gut aussieht von den Farben, könnt ihr fragen, hey, kannst du mir zwei Scans machen davon? Und dann habt ihr eine hundertprozentige Chance, dass das gleiche Tier bei euch auch wieder rauskommt. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, die Tiere in Stasis zu setzen. Das heißt, sie werden sozusagen in einen Container gepackt und überleben dann dort entsprechend. Wie so ein Winterschlaf, könnte man sagen. Dann hier halt die Kubrotzüchtung, das sind so die Hunde, nenne ich sie, und die Covers, das sind die Katzen. Und hier seht ihr halt dementsprechend, was benötigt wird. So, dann gehen wir mal weiter vorne ins Schiff. Auf der rechten Seite haben wir zuallererst mal den Markt. Im Markt könnt ihr euch Sachen kaufen für die Bezahlwährung Platinum oder ihr könnt hier auch Sachen kaufen, die einfach nur Credits kosten. Da gibt es verschiedene Sachen, da gibt es verschiedene Kategorien, die ihr alle einmal durchgucken könnt. Und wenn ihr da so guckt, ich nehme zum Beispiel mal, ich klicke jetzt mal auf diese Waffe. Da seht ihr schon, ihr könnt sie entweder kaufen, dann würde sie Platinum kosten. Dann würdet ihr die Waffe direkt so bekommen für 150 Platinum. Oder aber ihr kauft die Blaupause, die einfach nur Credits kostet, die ihr so im Game kriegt. Dann braucht ihr aber noch für die Herstellung diese ganzen Materialien hier. Und dann wäre die Waffe aber auch euer am Ende. Hier gibt es ganz viele Sachen zu holen. Wie gesagt, zum Beispiel auch die Waffenslots und die Frameslots, die ihr benötigt, um weitere Waffen bzw. Frames benutzen zu können. Dann haben wir hier vorne die Konklave. Das ist so ein, ja ich nenne es mal kleiner PvP-Modus. Aber PvP ist in dem Game eigentlich nicht wirklich der Fall. Eigentlich ist es ein reines PvE-Game. Ihr habt hier trotzdem die Möglichkeit, den zu benutzen. Aber daher werde ich da auch nicht groß irgendwas erzählen, da das halt wirklich von Warframe 0,1% ausmacht, wenn überhaupt. Dann haben wir auf der anderen Seite die Syndikate. Da könnt ihr euch Syndikate auswählen, die ihr benutzen wollt. Die bringen euch dann verschiedene Items. Wenn wir auf die Angebote gehen, da seht ihr dann, habt ihr eine Auswahl von verschiedenen Mods und Waffen und alles mögliche, was ihr euch holen könnt. Und dazu mache ich euch aber, oder habe ich euch schon ein separates Video gemacht, wo ich das nochmal im Genauen erkläre, da das Thema auch nochmal wieder etwas länger ist. Aber dass ihr es schon mal wisst, hier sind die Syndikate und da könnt ihr euch dementsprechend welche auswählen. Behaltet auch die Syndikate im Hinterkopf, denn die, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Dann haben wir hier das Terminal, den Codex. Da seht ihr alle möglichen, ja wie soll ich, Infos nenne ich es jetzt mal. Ihr seht hier einmal die Quests zum Beispiel, genauere Infos dazu, wenn ihr sie abgeschlossen habt. Ihr seht hier das Universum, das heißt so viel zum Beispiel, ihr seid auf die Sturmsoldaten getroffen. Ihr habt sie dementsprechend oft gescannt. Man sieht hier, man braucht 20 Scans, ich habe ihn inzwischen 126 mal gescannt. Aber 20 Scans benötigt ihr, um die weiteren Informationen von ihm zu bekommen, was er droppt, gegen was er anfällig ist, wo er zu finden ist und und und. Den Scanner bekommt ihr auch im Laufe des Spiels und dann müsst ihr die Gegner halt dementsprechend scannen oder die ganzen Items, weil das gibt es nicht nur für Gegner, das gibt es auch für Gegenstände, also für Objekte. Und dann bekommt ihr hier halt immer noch zusätzliche Infos dafür. Ja, das zu dem Codex, da gibt es wie gesagt eine Riesenauswahl vom, was ihr hier sehen könnt, schon die Mods, die Fraktionen, also eben dementsprechend die ganzen Gegner, die Begleiter, die Objekte, Relikte, also alles, was ihr wissen müsst, werdet ihr im Zweifelsfall sonst dort erfahren. Wenn ihr euch jetzt gerade wundert, was sind das hier komische Figuren, das ist auch einfach alles nur Deko, also lasst euch davon nicht irritieren, das ist einfach nur Deko auf meinem Schiff, die kann man hier hin machen, muss man aber nicht. So, jetzt das wichtigste Element eigentlich hier in der Mitte, unser Terminal, wo wir Missionen auswählen, die Sternkarte, ihr klickt drauf und habt erstmal die Erde dann wahrscheinlich zur Auswahl. Wenn ihr rauszoomt, seht ihr einfach mal die ganzen Planeten, die es gibt. Zum Anfang würde ich jedem raten, spielt so, dass ihr ein Planeten nach dem anderen durchgeht und eure ganzen Quests erfüllt, denn einige Quests sind Voraussetzungen wiederum für andere Sachen, deswegen würde ich euch empfehlen, macht die Planeten fertig und geht weiter, 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 bis ihr irgendwann sozusagen alles habt und dann seid ihr schon auf einem guten Weg und nehmt auch alles mit. Was kann man noch zu den Planeten an sich sagen? Die Planeten haben immer noch eine spezielle Mission am Ende, die Attentat-Mission, wo ihr sozusagen gegen einen Boss kämpft, wo ihr dann Teile von einem Frame kriegt. Das heißt, ihr müsst die Mission unter Umständen mehrmals machen, denn ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Also es kann sein, dass ihr dreimal das gleiche Teil kriegt, das ist halt random, was ihr rauskriegt. Aber am Ende wartet halt ein schöner Frame auf euch. Dann gibt es auf der Erde, das ist auch noch eine besondere Heid, gibt es Cetus, beziehungsweise die Ebenen von Eidolon. Das ist die erste Open World, die bei Warframe dazugekommen ist. Inzwischen gibt es eine zweite, die findet ihr auf Venus, das ist Fortuna, beziehungsweise das Orbital. Das ist die zweite Open World, die dazugekommen ist, wo man ja auch sehr viele Stunden verbringen kann. Das ist einfach so mal am Rande. Dann haben wir hier oben einmal ein paar Sachen, die ihr hier seht. Hier seht ihr erstmal kurz das Symbol. Das sind die Sachen, wird eigentlich nur eine Info, dass acht Gegenstände bereit sind zur Abholung in der Schmiede. Das ist einfach nur eine Info. Und hier kommen jetzt eigentlich die Sachen, die ihr immer seht, beziehungsweise fast immer. Das erste Symbol ist jetzt hier gerade ein Symbol, weil gerade ein Event stattfindet. Deswegen ist das noch zu sehen. Ansonsten wäre dieses hier auch nicht zu sehen, beziehungsweise unter Umständen ein anderes Symbol wäre dort. Also das jetzt nicht ganz zu beachten. Das hier ist eher ein Symbol, was immer da ist. Da habt ihr einmal die Möglichkeit, wenn ihr komplett alle Missionen einmal gemacht habt, dann bekommt ihr dieses Schiedsgericht dazu als Mission. Das sind nochmal wieder eine spezielle Art von Missionen, die immer jede Stunde durchwechselt und für, ich würde mal eher sagen, Endgame geeignet ist. Dann seht ihr hier die wöchentliche Ayatan-Schatzjagd. Das sind die Skulpturen, die ich euch gezeigt habe. Da könnt ihr jede Woche eine durch die Jagd, durch, ja doch durch die Schatzjagd hier halt dementsprechend bekommen. Hier ist noch eine Mission, Hilf Klemmen, die werdet ihr im späteren Verlauf auch noch bekommen. Dann gehen wir mal zum nächsten Reiter weiter. Hier sind die Invasionen, die ihr finden könnt. Invasionen, da könnt ihr immer drüber gehen und seht, was es als Belohnung gibt. Hier gibt es zum Beispiel jetzt Field Drone, Mutagenmasse. Es gibt aber auch genauso, wo haben wir hier, haben wir das vielleicht gerade eine? Leider nicht. Es gibt auch verschiedene Waffenteile hier, die ihr bekommen könnt. Da gibt es immer die Auswahl zwischen zwei Sachen, so wie das hier ist. Da klicken wir einmal drauf und dann müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr für die eine Fraktion kämpfen oder wollt ihr für die andere Fraktion kämpfen. Ihr müsst das Ganze dreimal machen und am Ende wartet dann die Belohnung auf euch. Die Belohnung bekommt ihr aber erst, wenn das wirklich komplett abgeschlossen ist, weil ihr seht ja hier 16,8 Prozent. Wenn es dann halt auf 100 Prozent ist, beziehungsweise eine Fraktion gewonnen hat, das wird halt durch die Community entschieden, bekommt ihr eure Belohnung. Ihr müsst euch aber keine Sorgen machen, ihr bekommt immer die Belohnung, egal welche Fraktion gewinnt. Hier kommen wir jetzt zu dem Reiter, wo es zu den Syndikaten geht. Denn wenn ihr euch für ein Syndikat entschieden habt, habt ihr hier nochmal wieder zusätzliche Missionen, wodurch ihr euren Ruf steigern könnt. Ich habe drei verschiedene Syndikate, deswegen seht ihr hier auch die grünen, blau und roten Missionen im Moment zur Auswahl. Ganz oben sind nochmal extra Missionen, die für euch jetzt noch nicht ganz so relevant sind, die bekommt ihr im späteren Spielverlauf dazu. Das sind nämlich nochmal wieder extra Zonen, wo ihr auch noch dann hingehen könnt. Dann haben wir als nächsten Reiter die Voidrisse. Die Voidrisse sind das, wo ihr eure Relikte öffnen könnt. Wenn ihr hier rauf geht, kommt ihr zur Auswahl eurer Relikte. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Relikt auswählen würde, dann würde die Mission starten. Ihr müsst innerhalb der Mission dann zehn Fragmente aufsammeln, damit am Ende das Relikt auch geöffnet werden kann. Am Ende der Mission bekommt ihr dann immer sogenannte Void Traces. Das sind die Sachen, die ihr braucht, um diese Relikte aufzuwerten. Ich kann euch das hier einmal nochmal in der Übersicht zeigen. Das sind die hier, um das Relikt zu verfeinern. Und die kriegt ihr dann immer am Ende einer Mission, wenn ihr Relikte öffnet. Aber dazu auch in einem gesonderten Video nochmal ein bisschen ausführlicher. Dann habt ihr hier oben in der Auswahl, im späteren Verlauf, werdet ihr den dazu bekommen. Denn den habt ihr nicht von Haus aus dort, sondern der kommt erst später dazu. Das ist die sogenannte Sortie. Die Sortie besteht immer aus drei Missionen, die jeden Tag einmal gemacht werden kann. Und wenn ihr alle drei Missionen schafft, erwartet euch am Ende einer dieser Belohnungen. Da können zum Beispiel eine Skulptur drin sein, ein Rhythm-Mod, Endo, Kuva, ein Booster kann drin sein, ein Exilus-Adapter, ein Former, ein Orican-Beschleuniger, ein Reaktor oder ein legendärer Kern. Ein legendärer Kern ist natürlich das, was immer alle wollen, denn der reduziert die Kosten auf null, wenn ihr einen Mod upgraden wollt. Wenn ihr mal einen legendären Kern bekommen solltet, rate ich euch, benutzt ihn für einen Prime-Mod. Denn der ist beim Upgraden am teuersten. So, das war alles hier erstmal zu. Jetzt gehen wir mal in den hinteren Teil des Schiffes, denn da waren wir noch gar nicht. Ich muss aber sagen, ihr werdet jetzt unter Umständen ein wenig gespoilert. Also im Zweifelsfall, skippt dann weiter, wenn ihr das jetzt noch nicht sehen wollt. Aber es ist halt eine kleine Info am Rande. Hier habt ihr auf der rechten Seite, wenn ihr runterkommt, euren kleinen privaten Raum, sag ich mal, euren Ausstellungsraum. Wo ihr auch im späteren Verlauf dann noch hinkommen könnt. Den könnt ihr so dekorieren, wie ihr es gerne möchtet. Ich habe ihn mehr oder weniger dezent dekoriert, wie man sehen kann. Aber vielmehr gibt es da auch jetzt nicht zu sagen, ohne euch zu sehr alles vorwegzunehmen. Dann kommen wir zu einem ganz speziellen Raum. Ich weiß nicht, kann man das hier... Ja, hier an der Seite seht ihr da hinten an meinem Hals ist so eine pinke Züste dran. Wenn ihr im späteren Verlauf des Spiels beim Frame Nidos angekommen seid, bei der Quest für diesen Frame, der heißt so, dann kann es passieren, dass ihr öfter mal so eine Züste an eurem Frame bekommt. Die braucht sieben Tage, bis sie komplett ausgewachsen ist. Und wenn ihr dann sagt, nee, die will ich nicht da an meinem Frame haben, die soll weg, dann würdet ihr in diesen Raum gehen und sie entfernen lassen. Es sei aber gesagt, diese Züste wird auch benötigt, um ein spezielles Haustier zu züchten. Dann würdet ihr sie dementsprechend hier bei den Kubros benötigen und hier dann verwenden. Wenn ihr sagt, ihr wollt sie weg haben, dann würdet ihr diesen Raum betreten. Ihr würdet dann hier euch auf den Stuhl setzen und dann würde die entfernt werden. Wenn ihr sie entfernen lasst, ist sie für immer weg. Ihr seid dann auch nicht mehr in der Lage, diese wieder neu an eurem Frame zu bekommen, an dem ihr sie entfernt habt. Also überlegt es euch gut. Derzeit ist es nur vonnöten, dass ihr sie für diesen speziellen Kubro benötigt, also für den speziellen Hund. Ansonsten könnt ihr sie eigentlich immer entfernen lassen, außer ihr sagt, nö, sieht ganz gut aus, aber das ist jedem selber überlassen. So, ein ganz spezieller Raum, der kommt hier hinten. Denn hier ist unser, ja, Operator, den ihr auch noch wieder auswählen könnt. Ihr seht schon, hier unten steht Fokus, denn hier dreht sich eigentlich mehr oder weniger alles, was mit Fokus zu tun hat. Ihr könnt das Aussehen eures Charakters noch wieder separat ändern. Der sieht natürlich so normalerweise nicht aus. Der hat jetzt eine Skin angelegt, aber das ist dann natürlich auch wieder jedem selber überlassen. Hier habt ihr noch die Möglichkeit, eure Ausstattung zu ändern, die Farben davon dementsprechend anzupassen und das ist so, wie es eigentlich im Arsenal vorne schon gezeigt ist. Wie gesagt, für Fokus habe ich euch nochmal ein extra Video gemacht. Das verlinke ich, denn Fokus ist nochmal wirklich ein Thema komplett für sich. Dann müssen wir einmal nochmal wieder nach vorne gehen. Und dann haben wir auch schon fast alles abgeklappert, was wir so haben. Ich zeige euch jetzt noch einmal die Übersicht an Waffen, beziehungsweise ihr habt die Möglichkeit, ihr geht auf euer Profil und seht euch erstmal, so würde das Profil aussehen, wie es jetzt ein anderer von euch sieht. Was mir gerade einfällt, hier unten ist ganz gut, was ihr noch sehen könnt, ihr könnt gejagt werden. Ihr könnt vom Stalker zum Beispiel gejagt werden, der würde dann irgendwann in einer Mission auftauchen und den könntet ihr besiegen und der würde dann Loot für euch droppen. Und wem ihr gejagt werdet, das seht ihr immer in diesem unteren Bereich. Hier oben seht ihr euren Meisterschaftsrang und hier seht ihr den Clan, wo ihr drin seid, beziehungsweise welchen Rang der hat. Unter Ausstattung seht ihr einmal komplett, einmal erstmal die obere Reihe, welche Waffen ihr am meisten verwendet und dann einmal hier in der Auswahl die Sachen, die Items, die es alle gibt. Ihr könnt nach Namen sortieren, ihr könnt nach einem Fortschritt sortieren oder wie viel ihr sie verwendet. Ihr habt hier die Möglichkeit auszuwählen, zum Beispiel ihr wollt nur die Frames angezeigt haben, ihr wollt nur die Waffen angezeigt haben, also die Primärwaffen, Sekundär und, und, und. Das ist hier möglich, ihr seht schon, es sind gesamt 508, wobei ich glaube nicht mal alle hier aufgelistet sind. Gerade so Eventwaffen sind manchmal nicht unbedingt alle aufgelistet. Aber wenn ihr wissen wollt, was euch noch fehlt, dann geht ihr hier auf Fortschritt. Alles das, was schon ist, ist so ausgefüllt und gemeistert. Und alles, was noch grau ist, das fehlt euch dann dementsprechend noch. Dann haben wir hier einfach so eine kleine Übersicht an Statistiken, wen das interessiert, der kann hier einmal komplett durchgucken und sich alles anschauen. Dann habt ihr hier unter dem Feld Syndikate die Möglichkeit zu sehen, wie viel Ruf ihr noch täglich farmen könnt. Der Ruf hängt von eurem Meisterschaftsrang ab. Ich habe jetzt Meisterschaftsrang 27, kann dementsprechend 1000 Ruf mehr farmen, dementsprechend 28.000. Da seht ihr auch, wie ihr bei den Syndikaten zum Beispiel steht und den ganzen anderen Fraktionen, wo ihr auch noch dann später Ruf farmen könnt. Hier habt ihr nochmal die Übersicht der Aufgaben. Das sind sozusagen die Sachen, die ihr auch in euren Steam-Erfolgen seht. Die sind hier auch nochmal mehr oder weniger mit aufgelistet. Und auf der Wunschliste sind die Items, die ihr euch wünscht. Und die würden andere Spieler sehen und könnten sie euch sozusagen schenken. So, eine Sache haben wir dann noch. Wir drücken einmal auf Escape und sehen dann hier unten rechts die Nightwave-Mission. Wenn wir da einmal raufklicken, sehen wir einmal eine Auswahl, beziehungsweise haben eine kleine Übersicht über Missionen, die wöchentlich sind, beziehungsweise täglich. Es gibt ja einmal in der normalen Variante die wöchentlichen Aufgaben und dann seht ihr hier schon Elite-Wöchentlich-Aufgaben. Die sind immer noch ein klein bisschen schwieriger und ihr bekommt da auch wieder für jede Mission, die ihr hier erfüllt, seht ihr schon oben links 1000 Ruf. Wenn ihr 10.000 voll habt, geht ihr eine Stufe höher, fängt bei Stufe 1 an und umso höher ihr kommt, umso mehr Belohnung, sag ich mal, könnt ihr dann zielen. Wenn ihr irgendwann geschafft habt, auf Stufe 30 zu sein, dann geht es einfach wieder von vorne los und ab dem Moment bekommt ihr dann nur noch Credits. Diese Credits könnt ihr benutzen, wenn ihr hier unten auf Angebote geht. Dort könnt ihr dann diese Credits eintauschen gegen andere Items, die es hier zur Auswahl gibt. Wenn ihr drüber geht, seht ihr oben in der ersten Zeile direkt erstmal, wie viel das Item kostet von diesen Wolf Credits. Und dann könnt ihr euch dementsprechend kaufen oder auch nicht, je nachdem, ob ihr es benötigt oder dementsprechend nicht. Die Missionen kommen immer einmal wöchentlich, beziehungsweise es gibt immer eine Mission, die täglich kommt. Die ändert sich dementsprechend auch immer. Mal heißt es, ihr sollt 150 Gegner mit Frostschaden töten, einmal heißt es 150 Gegner mit Feuerschaden oder, oder, oder. Also da gibt es viele Varianten, um diese Mission dann beenden zu können, beziehungsweise ihr müsst dann immer nachgucken, was halt täglich dort drin ist. Ja, damit wären wir jetzt aber auch eigentlich wirklich am Ende angekommen. Wir sind alles einmal durchgegangen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt auch gerne in die Kommentare. Sollte ich irgendwas vergessen haben, solltet ihr irgendwo noch weitere Infos benötigen, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer darüber freuen, wenn es euch gefallen hat und ihr ein Like da lasst. Und natürlich, wenn ihr noch nicht habt, gerne auch ein Abo da lassen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis dann erstmal. Tschüss! Tschüss!